Ja hallo, herzlich willkommen zu HIZ, dem Video auf heimsschmitz.org. Räume müssen ab und zu mal gelüftet werden. Dazu ist ein Indikator der CO2-Werte. Da haben wir schon mal drüber gesprochen, in HIZ 312 über meine selbstgebaute CO2-Ampel, beziehungsweise von Watterod diese ganz einfache Ampel. Jetzt ist es natürlich so, bei so einem Projekt, dass sich die weiterentwickelt. Zunächst hat sie mal, man kann sie hier vorne sehen, das ist die aktuelle Version. Sie hat also ein Gehäuse bekommen mittlerweile. Das werden wir gleich mal abnehmen, um zu schauen, was da drunter ist. Und sie hat eine andere Software heute bekommen. Ich mache die jetzt einfach mal auf, damit man sieht, also zunächst mal, man kann das hier sehen, hier am Display. Zurzeit ist die Luft hier drin nicht so sehr gut. Sie ist auf 850 ppm CO2. Man sieht auch hier unten an der Kurve, als ich die eingeschaltet habe, war es noch schlechter. Ich habe mich also drüber gebeugt, reingeatmet und da wird die natürlich schlechter. Jetzt wird die gleich auch hochgehen, wenn ich in diese Richtung spreche. Ansonsten ist hier nach wie vor die LEDs. Da gibt es eine Änderung. Wenn ich hier die Hand drauf halte, werden die dunkler. Wie das alles geht, zeige ich Ihnen jetzt. Wie gesagt, ich mache das jetzt mal auf, in der Hoffnung, dass nichts abstürzt. Sonst müssen wir sie einfach neu starten. Das ist aber nicht weiter schlimm. Das geht relativ einfach so. Ich habe nur noch zwei Schrauben drin. Normal sind es vier. Die Gehäuse sind jetzt hier so ein bisschen eng, weil ich ja meinen Drucker, meinen 3D-Drucker, aus dem ja die Gehäuse kommt, kann ja nur 15 cm. Und das sind eben hier, die Platine ist 10 x 15 cm. Das sind eben die 15 cm. Ich mache die jetzt mal aus. Die Kurve, ups, ja da, die Kurve haben Sie ja gesehen. Die ist ja gleich verschwunden, wenn ich die ausgemacht habe. Ziehe auch die Karte mal raus. So, die SD-Karte. Und hier sehen wir das Gerät in voller Schönheit. Na, so sieht man es besser. Also was sich geändert hat gegenüber früher, gegenüber der letzten Version, ich kann Ihnen die ja mal zeigen. So war sie bei HEZ 312. Hier sind übrigens beide Versionen drauf. Dieses Gehäuse habe ich jetzt nicht hier unten stehen. Warum, werden Sie gleich noch sehen. Das ist jetzt das, was mittlerweile mit einem Gehäuse versehen wurde. Sie sehen, hier vorne hat er noch eine Realtime-Glocke gekriegt. Das liegt daran, dass ich an dem Web einiges rumgebastelt habe. Wir machen die noch mal an, damit wir auch was sehen. So, blau wäre natürlich schön, wenn das wäre, denn blau ist bei mir der ideale Fall. Das habe ich mir mal so ausgedacht. So, er hat sich jetzt verbunden. Steht jetzt wieder auf, jetzt steht er sogar schon auf Magenta. Das heißt also, es wäre dringend eine Lüftung erforderlich. Das liegt daran, der Raum hier ist relativ klein, die Türen sind zu. Ich stehe hier drin und atme auch in Richtung dieser, der CO2-Ampel. Denn was ist denn da drin? Schauen wir uns das mal an. Da hatte ich das mit dem Browser. Also hier wie CO2 funktioniert. Hier ist ja der Sensor. Das ist ein Sensorion. Haben wir den da? Da ist er. Ein Sensorion-Sensor. Das ist auch das teuerste Bauteil hier drin. Der sitzt also hier und der misst CO2 mit einer Diffusionsmessung. Also CO2 ist eine Infrarotlampe drin, ein Sensor drin und CO2 absorbiert in einer bestimmten Frequenz das Infrarotlicht. Und das wird eben gemessen. Da gibt es dann zwei Messkanäle. Einer ist immer sauber, einer mit der Umweltluft. Und die Differenz ergibt dann die CO2-Belastung in ppm. Das ist also der Sensor. Wie gesagt, der liegt leider bei fast 50 Euro. Hier bei Waterot ist er am günstigsten. 47,60 Euro plus Versand. Ist leider, wie gesagt, sehr teuer. Ich habe bei Banggood, also in China, einen anderen Sensor gefunden. Den habe ich aber nicht ausprobiert. Der soll aber angeblich nach dem gleichen Verfahren arbeiten und soll für 23,19 Euro, ich glaube plus Shipping, soll er zur Verfügung stehen. Aber ich habe jetzt nochmal den Sensorion. Habe zwei davon im Einsatz. Und die sind an sich sehr, sehr, sehr zuverlässig. So, und das hier war der Film dazu. HEZ 312. Sollten Sie sich mal ansehen, da sind ein paar Grundlagen erklärt. Den Rest können wir jetzt ja hier machen. Ich habe übrigens gesehen gerade, ich habe den falsch angeschlossen. Ich habe den hier an dem ESP32 angeschlossen. Normalerweise hat er hier nochmal extra eine Spannungsversorgung, die nochmal über einen Kondensator stabilisiert ist. Aber unter dem ESP32 ist mittlerweile auch ein 1000 µ, denn der ist schon mal ein bisschen empfindlich gegen Spannungsschwankungen oder gegen Spannungskurseinbrüche. Dann haben wir ja hier noch den Luftsensor, der an sich für ein Gasdetektor ist. Der ist kein CO2-Messer. Wenn man da mit einem Feuerzeug drauf fällt, also ein Butanfeuerzeug oder sonst Gas drauf gibt, dann schlägt der aus. Dann gibt es Alarmieren. Der schlägt auch aus, wenn man zum Beispiel das in die Küche stellt und es wird gekocht. Dann hat er hier noch eine ganz kleine Änderung drin, wenn ich hier so hier, dass ein Foto wieder stand, wenn ich hier den Finger drauf halte, wird er dunkel. Grund war ganz einfach. Wenn das, das steht bei uns im Wohnzimmer und nachts oder abends, wenn es dann dunkler wird, wenn man etwas schummeriger Beleuchtung hat, dann war er doch sehr grell und deswegen wird das dann eingeführt, dass er ja, dunkler ist. So, und dann hat er noch was bekommen. Und zwar hat er einen Webserver drauf. Ich kann jetzt sehen. Ich kann mir also die Daten, die er liefert, jetzt über das WLAN holen. Er ist im WLAN eingebunden. Er hat zwei Gründe für das WLAN. Einmal beim Einschalten und bei jedem Tageswechsel holt er sich die Zeit und stellt die Realtime Clock neu. Und er hat eben jetzt, er dient als Webserver. Wollen wir mal schauen. Das ist hier das Gerät, das hier vor mir steht. Der hat also jetzt 940, 942 ist nicht so gut. Das wird dynamisch angezeigt. Da ist also ein kleiner Webserver drauf. Der hat einen Timer, der denn alle anderthalb oder alle zwei Sekunden schickt er die Werte raus und aktualisiert so die Webseite. Funktioniert recht gut. Habe ich auch, glaube ich, schon mal erklärt bei dem Websever für den Datenlogger. So, der geht also über, weiß ich nicht, WebEx heißt nicht, ich weiß nicht. So, der Vorteil davon ist, ich habe ja nur einen hier und obwohl ich jetzt zwei habe. Denn der zweite, der heißt jetzt hier oben, der steht also in einem anderen Raum und da ist die Luft jetzt schon wesentlich besser. Er steht auf 620. Wenn man, wenn einer, wenn keiner im Raum ist, dann geht er auch schon mal auf blau, also unter 500. Das sind einfach Werte, die ich so festgesetzt habe. Es gibt da so Empfehlungen für Bundes, vom Bundesumweltamt, glaube ich, da habe ich mir die Tabellen mal rausgeholt. Ich habe also hier jetzt zum Beispiel die Werte von, in dem Fall oben steht hier, jetzt kann ich mir den ja nehmen, kann die zweite Ampel daneben setzen, habe dann die Werte von unten. So, und habe so beide. Könnte man sich zum Beispiel vorstellen, dass man mehrere CO2-Ampeln hat, im Haus verteilt hat und möchte die immer überwachen oder man hat einen CO2-Sensor in einem Ladenlokal und möchte den von verschiedenen Stellen aus überwachen, vom Büro aus, möchte vielleicht ein großes Display in den Laden hängen, damit die Kunden auch sehen können, wie gut die Luft im Ladenlokal ist. Gespeichert wird das Ganze auf der SD-Karte. Also, er hat, wie gesagt, der Website und der Dynamik die Daten aktualisiert. Dann, ich mache den nochmal aus, weil ich mir mal die SD-Karte rausholen will und möchte Ihnen da mal was zeigen. So, hoffentlich kommt er jetzt. Ja, da wollen wir mal schauen, was wir hier haben. So, das ist das, was da drauf ist. Hier kann man jetzt noch eine Änderung sehen gegenüber früher. Und zwar, um Mitternacht wird immer der neue, ein neuer Feilname angelegt. Hier ist ja eine Clock drin. Wenn Mitternacht ist, also wenn ein neuer Tag kommt, wird eine neue Datei angelegt und die Realtime Clock wird nochmal synchronisiert. Also, wenn ich mir das jetzt ansehen will, was wir alles gerade gemacht haben, das steht immer hier auf 01.01. und 1980. Das müsste hier sein. Und zwar kann ich mir das ja in Open Office einladen. Ich habe jetzt hier gar kein Office mehr drauf, sondern habe hier nur noch Open Office drauf und zwar in dem Moment schon LibreOffice. Und hier können wir ja zum Beispiel mal sehen, wie der Verlauf war, die er so heute erlebt hat. Ich kann also jetzt hier einfach die Grafik einfügen. Die ist jetzt ein bisschen unglücklich. Man nimmt da besser einfach ein einfaches Liniendiagramm ohne viel Schnack-Schnack fertigstellen. Und da können Sie sehen, was jetzt hier in der letzten Zeit passiert ist. Das ging also irgendwann diese Nacht um 0,23 los hier. Da kann man sehen, das war erst hier weit unter 500, wäre also blau gewesen. Und dann ging das hier los. Ich habe das dann hier aufgebaut und habe hier soeben nochmal reingeatmet. Das ist also der Verlauf, den man sich abspeichern kann, den man sich grafisch darstellen kann. Man könnte ja auch die x-Achse mit der Uhrzeit und dem Datum noch versehen. Man könnte auch so den Verlauf der Temperatur. Er hat auch ein Temperatur- und Feuchtigkeitssensor. Wobei das nicht so ganz einfach ist, denn das Gehäuse hat den Nachteil, dass es hier drin immer relativ warm ist durch das Display und durch den ESP32. Ja und ganz konfiguriert wird über eine einfache Konfigurationsdatei. Speichern wollen wir das nicht. Das ist hier die. Da ist jetzt wieder drin der, das um ein Testnetz, was hier ist, also das HEZ-Netz 2. Das ist also SSID, Password. Das ist ein Minimumwert für diesen MQ135 Sensor, für diesen Gassensor. Wenn ich nochmal so eine Ampel bauen würde, würde ich den gar nicht mehr einbauen. Dann soll er in dem Fall hier alle fünf Sekunden aktualisieren. Die Helligkeitswerte gehen normalerweise theoretisch von 0 bis 4093. Also das ist ja die 12-Bett-Auflösung, die die AD-Wand hier haben. Also ich habe jetzt hier gesagt von 500 bis 4000 und der heißt, der Server heißt CO2U, U für unten. Das funktioniert alle in einer Windows-Umwelt, ja. Mit Android funktioniert es nicht, denn das Ganze kann man natürlich auch, ich schmeiße das mal wieder raus. Ach, dann kriegt der hier noch einen Namen, der ist jetzt hier in dem Fall unten. Ich schmeiße das mal raus, weil wir das ja gerne nochmal in Betrieb nehmen möchten. Oder ich möchte das in Betrieb nehmen. So, raus. Ich nehme mir meine SD-Karte, packe die wieder da rein, falls ich das Loch finde dafür. Zack. So. Na. Und gebe ihm wieder Strom. Dann dauert das eine Zeit lang, bis er sich jetzt wieder angemeldet hat. Er meldet sich also jetzt wieder im Web an. Das ist übrigens noch, da habe ich noch einen Algorithmus zugeschrieben, dass er es auch macht. Sie sehen, jetzt haben wir hier unten wieder in Orange das. Also, weil ich jetzt immer in die Richtung geredet habe, ist es nicht so gut. Es gibt übrigens dann noch was. Ich mache den mal größer. Das ist hier der, der hier ist. Und wenn ich da jetzt rein atme, dann geht der Wert natürlich hoch. Und wenn er über 2000 ist, jetzt ist hier das Display gerade ausgefallen, man sollte das auch reinstecken. Ich stöte den einfach nochmal neu. Das passiert mir hier schon mal. Die Netzversorgung, die ich hier, das Netzteil, der ich hier genommen habe, ist nicht so ideal. So. Und wenn er jetzt auf ein, jetzt, das wäre natürlich super. Aber jetzt ist er auf 2500. Ab 2500 sagt er, es ist unbedingt notwendig zu zu lüften. Und sagt, das ist alarmierend. Und jetzt so langsam wird es besser. Er geht jetzt durch die Farbskala durch. Er war jetzt erst auf Schwarz-Rot, dann auf Rot-Weiß, jetzt Magenta. Irgendwann wird er dann auf Orange. Jetzt geht er auf Orange und dann irgendwann wieder auf Gelb. Und wenn ich das Fenster aufmache, dann geht er ja sogar eventuell auf Blau. Denn bei 400, also 400 ist ideale, 400 ppm, ideale Außenluft. Im Moment haben wir hier 420 ungefähr. Das hängt aber so ein bisschen von der Wetterlage ab. Wenn man bedecktes Wetter hat, dann geht die CO2-Konzentration etwas höher. Sie kennen ja das Wort Smog. Das wäre denn so ein Auslöser dafür. So. Das ist also jetzt die erweiterte, neue Ampel. Jetzt zeige ich mich schön wieder im Bild. Und schon wieder fällt das Display aus. Das wollte ich jetzt wieder nicht. So. Das ist er. Bei dem normalen Betrieb passiert mir das seltsamerweise nicht. Ich nehme an, das Netzteil, das ich hier dran habe, ist nicht so wirklich dafür geeignet. So. Also. Das ist die letzte Entwicklung der CO2-Ampel. Man kann also jetzt mehrere im Haus verteilen, kann die sich auf dem Browser ansehen. Das geht übrigens nicht nur auf dem Windows-Browser. Ich habe hier zum Beispiel mal Smartphone. Ich will nicht anrufen. Ich will sehen, wie die aktuellen Werte sind. So. Das kann ich also sehen. Ja, kann man es sehen. Oben. Also der Sensor oben hat 648, ist also gut. Und der Sensor unten. Da ist unten. Da müsste er jetzt gleich gelb zeigen. Für 1319. Das ist also der aktuelle Wert. Also es geht auch mit Android oder natürlich auch mit einem Tablett. Man kann sich also mit seinem Tablett dann auch hinstellen und das machen. Mal schauen, ob der irgendwann mal kommt. Oh, der war ja an. Entschuldigung. So. So. Nehmen wir den Browser. Und sehe, habe jetzt hier unten 1100, 1125. Das ist das, was er hier 1121. Also alle anderthalb Sekunden. Er misst alle fünf Sekunden. Alle anderthalb Sekunden gibt er das raus. Und hier ist der Wert von dem anderen. Ich kann also auch unabhängig mit einem mobilen Device mein Haus oder meine Sensoren, die ich überall verteilt habe, überwachen. Also mein neuer Sensor, auf den ich ganz stolz bin und den ich Ihnen heute mal zeigen wollte. Das ist schön zur Überwachung der Luftqualität im Raum, damit man alarmiert wird, falls man vergessen hat zu lüften, damit man dann auch genügend Sauerstoff hat oder weniger CO2 eben in der Luft hat. Herzlichen Dank, dass Sie dabei waren. Ich hoffe, es hat Ihnen ein wenig Spaß gemacht. Ich wünsche Ihnen noch einen wunderschönen Tag und auf Wiedersehen bald hier auf hensschmitz.org.